Digga, wenn hier ein Speed ist, dann werde ich des Lebens nicht mehr froh, ohne Scheiß. Alter, das ist echt viel, was man hier macht. Oh, hier ist ne Wand! Nein, hier ist ne Wand! Nein, wie macht, warum?! Was geht, muchachos? Seid herzlich willkommen! Heute eine französische Träume. Deswegen begrüße ich Monsieur Deko und Bäckerei Garçon Keff. Hallo! Baguette, Baguette, Croissant, Croissant, Fahrrad, Fahrrad. Cyclo, Cyclo. Velo, Velo, Bonsoir, Bonsoir. Fahrrad war Velo und nicht Cyclo. Hallöchen Jungs! Bonjour Mister! Was sagt ihr, wie das Riesens eine französische Map ist? Eine französische? Ein französische Map. Oui, bonsoir. Ciao! Das bedeutet, es gibt, äh, es gibt, äh, auf dem Fall, äh, Also... Das heißt... Das heißt... Ey, wie? Das ist Franz-O-Send-Modus, Franz-O-Lolf. Aktiviert! Die Piper-Friesen-Dinger. Okay, Orange ist aber falsch. Ne Chanson du Auto. Ohne Reifen wollte ich gar nicht versuchen, hier hochzukommen. Okay, hier war auch kein nutzbarer Weg. Gut zu wissen. Ich weiß nur eins. Oh, Jean-Philippe. Oh, grün war's. Ich wette, es ist dieser Weg hier! Please! Ich kann es nicht mal testen! Da ist er nicht! Ich hab auch keinen Try gehabt und nicht mal auf mich geschossen hast. Ja, Dito! Hä? Lol. Das ist... Das ist die richtige Hammerfosse! Ich musste auch mal was zurückgeben. Geht die ganze Zeit auf die Fresse. Ich bin so friedlich die ganze Zeit, ne? Und dann sowas. Das erste, was du gemacht hast, ist mir die Reifen zu zerschießen. Okay, Orange ist weg. Nein, das stimmt nicht, das war Marvin. Blau ist weg. Ach so, das stimmt nicht. Vielleicht ist da ja wirklich ein ganz kleines Löchlein. Irgendwo... Oh. Das haben wir nämlich noch nicht getestet. Irgendwo was unsichtbares. Ich bin hier aus wie schon mal gefahren. Ich bin hier aus wie schon mal gefahren. Okay. Hier ist auch nix. Sänen tun sie nix. Hier ist ganz sicher irgendwo was unsichtbares. Hm. Irgendwo muss was unsichtbares. Hallo Freunde. Da sind wir schon überall reingefahren, Kiff. Blau. Hab ich kontrolliert. Vielleicht hier unten und dann geht's dann hoch. Ja auch nicht. BQ, habt ihr noch was? Ahaha! In grün. Wer hat grün getestet? BQ hat grün getestet. Nein, Orange war's, Orange war's. Digger, wer hat vorher grün getestet? Ich hab Vanillen grün drin. Ahaha! 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 Trottel! Ich glaub an der Seite kann man rein hier. Trottel! Oh. Ciao! Hey, was? Ja! Was macht man jetzt hier? War mir der Grün? Hey, ich weiß immer noch nicht! Ahaha! An der Seite, hallo? Okay, hat nicht geklappt. Hallo? Aber gar nicht so ne dumme Idee eigentlich so. Hab ich immer noch da? Alter! Heidewitzker! Das war doch richtig easy, Marvin. Ja, richtig easy! Dachte mal, wer's hat! Wer hat's denn? Wer kippt? Oh! Alter, was war das für ein Wurf? Das war schon ziemlich easy! Boah! Der war legit! Ey, was ist heftig! Das sind französische U-Boote! Französische Gassons! Das heißt eigentlich sind es deutsche U-Boote! Hallo? Ich würd sagen, hier jetzt links, 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 links! Alter, okay! Aber ein U-Boot ist falsch, ein U-Boot ist wichtig! Aber die muss richtig sein! Danke Marvin, das Rücksicht nehmen, alter! Da fährt er auch daneben! Ist das rechte U-Boot, oder was? Hier vielleicht lang? Ja, das rechte U-Boot, oder was? Das ist richtig! Hä, aber warum bist du nicht hier links gefahren bei der Antenne? Ja, weil der Zug war bei mir! Okay, aber... Hier auch, oder was? Zack! Den nix! Moin! Hallo? War hier schon jemand? Ja, bitte was? Ja, da waren wir auch schon! Hey, ein Weg ist richtig! Hä? Hättet ihr doof? So, jetzt links oder rechts? Rechts oder links? Wo? Hä, da ist falsch den Weg, den ihr geht erst richtig! Links, links, links! Hier vorher geht's lang? Hier nichts! Ja, so! Oder meinst du, du kommst an der Antenne nicht vorbei? Nein, da ist richtig, wo ich lang gefahren bin, ist richtig! Echt? Ja, ja! Aber da ist eine scheiß Antenne im Weg! Ihr müsst an der Antenne vorbeifahren! Ne, das schafft man gar nicht! Antenne... Doch, ich war doch grad schon fast vorbei! Hey, ich seh nichts! Loh, ich hab gesehen! Du verrießt nicht, Alter! Du bist ganze Folge besser! Ich hab noch nichts getan! Hallo, ich wusste das nicht! Noch gar nicht! Dass du da bist! Man sieht jetzt super spät fast! Man sieht schon relativ spät, ob du jetzt über spielst! Ich hab mich gerammt, Alter, wenn ich da bin! Du stirbst, Alter! Hey, warum?! Weil du mich so zum zehnten Mal runterhaust! Nein! Immer wenn ich die Tries habe, weißt du? Immer wenn ich einen Tries habe! Ich kann nicht dafür! Keinen einzigen Tries, will ich an der Stelle sagen! In der gesamten Map, meine ich! Ja, das ist gelogen! Hey, warum?! Kev! Ja! Richtig dreckig! Richtig verdient, Alter! Muchachos, das eskaliert wieder weg hier, Alter! Das eskaliert wieder weg! Nein! Ja, verdient, Alter! Verdient! Verdient! Ich hab mich verkackt! Karma's a bitch! Junge, was für Karma! Ich hab jedes Recht dazu, Alter! Deutsche Rechtsprechung gibt mir Recht, ey! Warte sooooh! Hallo, ey, Kev! Jetzt reicht's auch mal langsam, ja? Das war ich nicht! Das war ich nicht! Oh! Deswegen antworten wir jetzt! Oh! Digga! Jetzt lass mich doch endlich mal hier durch! Oh nein! Ich werde jetzt mal ganz rüber! Oh nein! Ich werde jetzt mal ganz rüber! Du, man muss direkt komplett rumfahren! Deswegen schaffe ich's nicht! Nein! Das war falsch! Oh mein Gott! Kev, ich sag dir jetzt den richtigen Weg! Das war nicht richtig! Ich dachte nur, man muss rechts rumfahren und da stehen zu bleiben in der Zunge. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, aber das ist eine unsichtbare Mauer, die mich daran hindert. Deswegen bin ich nicht mal runtergefallen. Ich muss einfach direkt in einem Rutsch die Kurve nehmen. Also doch hier! Der Kurs durch! Ja! Ah! Zwei Punkte für mich! Das war in der letzten Folge so, mein Lieber. Heute gibt's keine Punkte mehr für Deko. So, ich warte hier. Okay, am Ende müsst ihr mittleren bleiben. Da musst du rüber komplett, Kev. Ich wollte grad sagen, da bin ich nämlich rechts gefahren. Das sieht aber so aus, man war doch gar nicht auf der anderen Seite. Deswegen dachte ich mir schon, dass man da muss. Und jetzt muss man bestimmt wieder zurück zum Middle. Genau. Und ich bin gerade erstmal, weil ich dachte, ich bin schlau, wieder komplett nach rechts rüber gefahren, aber das war's nicht. Unsichtbar. Ja! Hallo! Hallo! Da gibt's nicht Marvin denn wieder her, Alter! Bonjour! Wir fahren aber hier dann wieder her. Wow! Da waren nur Speeds. Oh! Wow! Also auf beiden Seiten sind Speeds? Ah! Ich glaube, hier geht's aber noch. Warte mal. Oder wir machen erstmal den hier. Den Wallride? Nies! Also, Deko, 50 Cent, wenn Marvin jetzt hier rein... Nee! Aha! 50 Cent! Ich dachte, aber eigentlich wollte ich Marvin schon als Toll nehmen, weil ich wollte dann Marvin... Ey, ganz ehrlich, Marvin, schon wieder, ne? Ich drehe hier einfach mal ne Runden. Da macht man's einmal ernsthaft. Wieso musst du mich denn rammen dabei? Hä? Oh! Da war ne unsichtbare Wand! Ja, aber wie weit hat der zugebrochen? Boah! Ich mach' ich hier schon schnell schwer, weil ich Angst hab, dass Marvin immer kommt, Alter! Ich komme! Teddy Kuuu! Marvin kommt in dein Gesicht! Glaub' aber, das ist echt eher gedacht, dass man hier War Rides fahren soll. Das war ja super lame, wenn man hier rückwärts fahren soll. Oh! Toll! Please, Marvin! Da war ne Wand, hast du das gesehen? Ja, natürlich hab' ich das gesehen! Alter, Freecrawler kann das aber! Oh! Oh! Ja, aber, also, mal im Ernst jetzt, was soll man da machen, Alter? Ja, du musst die War Rides da fahren! Alle oder was? Springen! War Rides-Wechsel machen, also sozusagen, ne? Bis zum letzten! Alter! 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 Das geht, das kriegen wir hin! Das sind genau übrigens, diese Teile, die hasse ich im GTA! Nein! Von der einen, von der einen Röhre so oben raus und in die nächste Röhre reinspringen! Nein! Digga, das ist echt schwierig! Das kann nicht Wurf sein! Ich fahr jetzt hier am Rand! Das ist so blöd! Ich fahr jetzt hier lang! Oh! Hier war's schon mal nicht! Versuch's auch mal so! Marvin meint ja, das sind ja unsichtbare Mauern! Ja, also rechts kannst du nicht lang cruisen! Ja, dann muss es dort sein! LOL! Als raub' er sich einfach über... Was für ein Dully-Auto! So! Mach' ich mal langsam, so wie Kev jetzt! Du wirst ja nur erstmal checken, ob da noch ne Wand ist! Ja! Das check Kev jetzt! Nein! Da war auch ne Wand! Auch ne Wand! Ey, ganz im Ernst, Alter! Alter, Kev ist richtig still gerade! Ich bin eiskalt folgt, Alter! Wenn ich verkacke, dass er weiterfahren kann! Ja, naja! Was sollen wir sonst machen? Das Ding ist, die andere Seite war mit der Wand versperrt! Ich könnte natürlich jetzt... Ich fahr jetzt hier lang, ja? Ja, ich komm jetzt hinter mir her! Du brauchst nicht so tun, als wenn du dir irgendwas Neues ausdenkst! Der richtige Einstein-Möwe bin ich! Aber guck mal, ne! Man sieht hier unsichtbare Mauer hinter mir! Okay! Ja, da bin ich gerade gegen gesprungen! Das spielt wahrscheinlich vor mir! Dann war er doch gar nicht so blöd, wenn ich hier langfahre! Aber was ist, wenn du jetzt vorwärts hier die Grüne fährst, Marvin? Ja, das will ich jetzt auch testen! Ihr lernt von mir, ob da ein Speed ist! Aber muss das wirklich rückwärts machen? Das ist wahrscheinlich ein Troll! Ganz am Ende ist es wahrscheinlich... Ja, vielleicht muss man nur den Anfang rückwärts! Ihr könnt nachher vielleicht vorwärts fahren! Okay, werden wir jetzt sehen! Bist du im Grünen und dann andersrum den Grünen vorwärts! Ja, schauen wir mal jetzt! Dann kannst du ja versuchen gleich! Ja, mach ich gerade! Also, ich werd's versuchen! Ja, der Grüne! Lol, nein! Hier ist auch ne Wand! Hier kann ich nicht weiter! Der war ne Wand, aber kein Speed! Ja, okay! Hier ist also auch falsch! Okay! Ne Marvin, fahr mal rückwärts! Kannst du andersrum den Grünen fahren? Ja, mach ich jetzt! Die einzige Möglichkeit! Und dann fahr ich den Grünen! Ohhhh! Alter, das ist aber auch super eng hier, ne? Ja! Das ist richtig krank! Hallo Freunde! Komm schon! Hallo! Vielleicht ist doch wirklich der andere Eingang, ne? Das weiß man noch nicht! Das ist ja kein Scholl! Das ist ja gerade ein Skilltest! Das ist ja ein Skilltest! Ja, das ist schon tollig! Weil da die Mauern sind! Ja, das stimmt! Alter! Alter! So! Alles langsam! Digga, gefühlt habe ich noch kein bisschen Strecke gut gemacht! Guck mal, wie wird der Punkt noch entfernt! Nein! Digga! Ehrlich! Hier ist ne Mauer, please! Okay, wenn du bei mir jetzt auch ne Mauer holst, dann ist alles zu! Ne, dann ist nicht alles zu! Doch! Doch, eigentlich haben wir dann alles getestet! Ne, ne, du warst auf der einen Seite noch nicht hier! Wenn du hier das hier nimmst und dann links lang! Du kannst da... Ne, bevor du zum grünen Teil kommst, kämpfst da ne Mauer! Ah, hier ist direkt ne Mauer schon? Ja! Oh, sieht das gut aus, Leute! Sieht gut aus! Ja, das wird der Weg sein! Alter, krass! Da muss der komplett hin und her krebsen! Ja! Das ist heavy! Krebsen beschreibt das ganz gut, finde ich! Oh mein Gott! Wer so asozial ist und unsichtbare Wände verbaut, der baut auch unsichtbare Speeds ein! Das Schlimmste wäre jetzt, wenn ich jetzt in Speed erwische und Kämpf dabei weggaue! Ja wirklich, danke! Okay, hier ist ne Warn! Ich muss jetzt vorwärts fahren! Machen wir sie als Abstand, Alter! Boah, das gibt Rage, Alter! Boah, vor allem das Rückwärtsfahren ist echt kein Vergnügen mit dem Fahrzeug! Ne, vorwärts ist richtig easy, Alter! Ich fahr jetzt auch vorwärts! Ja, ich muss hier irgendwo gleich wenden einmal! Ja! Also, wo war Marvin hier lang? Durch die Mitte, ne? Ja! Aber wie komme ich hier gewendet, ist die Frage! Rückwärts fahren, weiter auf den Grünen zurück und dann... Ach, nirgends so, ja! Ja, hab ich auch gemacht! Hallo! Das eine war auch ein bisschen eng, also das... Digga, wenn hier ein Speed ist, dann werde ich des Lebens nicht mehr froh, ohne Scheiß! Alter! Das ist echt viel, was man hier macht! Nein, hier ist ne Wand! Dann gibt's jetzt nur noch einen Weg! Nein! Wie macht... Warum?! Ey! Oh! Er war da diese Scheißerhöhung drin! Er ist so rum nicht gefühlt! Marvin, wo bist du lang gefahren jetzt? Ja, ich komme jetzt zum dritten Mal an diese Scheißerhöhung hier, ne? Oh mein Gott, ich bin durch! Oh mein Gott, ich bin durch! Okay, bist durch! Das ist wirklich der Weg! Scheiße! War das ein Labyrinth hier, ey! Also, wenn ich jetzt hier verkacken sollte, schlage ich aus, macht das nicht gut! Ja! Hahaha! Alter, fahr weiter! Ey, Digga, pass bloß auf! Dann reif ich auch schon grad eben wieder drüber! Ja! Das machst du nicht normal, glaub ich! Ich sehe nichts anderes mehr als diese Scheißgrüne Wand, ey! Ja! Ich bin auch so froh, dass ich jetzt hier weg bin! Oh mein Gott, wir haben's! 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 Ja, dankeschön! Oh! Oh, erst mal wieder auf mein Leben klarkommen hier! Relief, Alter, wirklich! Einmal die Frustblase ausgelassen! Respawn und Abfahrt! Einfach hier nochmal, hier für euch auch nochmal! Oh, hier für euch beide! Und bist du wenigstens mitgerespawned? Ja! Natürlich nie! Nicht! Muss denn hier an der Seite? Ah! Ich glaub, du musst in das Löchlein da unten reinfahren! Und dann ist da bestimmt ne... Du musst da rein springen an der Seite! Gehst du so? Ich mein so! Ah! Alter! Links oder rechts? Links oder rechts? Also ich bin drinnen jetzt auf jeden Fall! Links! Links! Ich weiß noch nicht genau, was hier passiert! Warte mal, kann man... Dann warte ich! Ich seh nix! Links! Okay, links! Warte, Marvin! Achso, sorry! Achso, du kannst ja gar nicht weiterfahren! Achso, dann mach ich das rechts einfach nochmal! Okay, mit Coolspeed! Ey, ist das vielleicht noch falsch? Das war einfach so ein YOLO-Gedanke! Ich glaub ich bin... Ich glaub ich kann jetzt... Ich bin jetzt am Ende der Röhre unten drinnen und kann jetzt glaub ich wieder hoch... Oh nein! Das ist voll schwer, man! Ah! Okay, gut! Das klingt aber schwer! Oh! Ja, ich bin so mit einigermaßen Speed in nem ziemlich flachen Winkel reingesprungen! Da ging das so! Ja, okay! Aber ich fahr jetzt hier an der Seite! Achtung! Daddy kommt! Daddy kommt! Daddy kommt! LOL! Wir haben gerade den Gap rausgeschoben! Ich hab nix gesehen! Ich lag aus Seiten... Muss Anschwung holen wir mal auf jeden Fall, ne? Oh, oh, oh! Fahr mal aus dem Weg! Ja, außen! Ich teste das für euch! Dann könnt ihr rumfahren! Ich fahr jetzt einfach komplett rechts runter! Dann könnt ihr... Warte mal... Ich will... Ich bin schweg! Ich hab den Punkto eingesammelt! Yo, hier ist die Straße, Leute! Ich auch! Hier, guck mal, Diko! Aber keine Ahnung, wo es hier weitergeht! Komm zurück zu mir! Geh mal rum! Komm zurück zu mir! Nein! Kev, komm zurück zu mir! Hier! Aber wie soll ich da reinkommen? Hä? Kommt doch einfach auf jeden Weg, die Straße unsichtbar zu mir ist! Warte, ich falle! Ciao! Muss hier sein! Okay, dann jump ich jetzt auch so rüber! Hier! Ich glaube, im Müll klappt es auch! Ja, warte! Da, Marvin! Ich komme von oben! Achtung! Oh! Hallo! Hallo! Aber ich weiß nicht, wie es hier weitergeht! Kann man da jetzt runterfahren? Warte mal! Man kann hier drunter durch! Ja, und dann? Hallo, Diko! Oh, okay! Da ist aber wieder Ende! Hä? Also, wahrscheinlich ist das der Weg, der man von der anderen Seite findet, oder? Ich hab keine Ahnung! Oder wir haben jetzt schon den Weg für den nächsten Punkt hier ergaunert! Hier! Ah! Ist das wirklich der Punkt? Das könnte sein! Ich glaube, das wäre ja richtig random! Alter, das wäre ja richtig random! Aber die Frage ist, wohin dann? Oh! Hä? Ja klar, das ist der richtige Punkt, Alter! Genau! Nee, ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Ich glaube, es war wirklich der Weg, um den Punkt zu kriegen! Meinst du? Lol! Ich schaue es mir nochmal weiter an! Ich hab den nächsten Punkt einfach jetzt schon! Wie? Was, lol?! Einfach nur geradeaus rüberfahren! Lol! Ich glaube, das geht hier weiter! Kompliziert machen, ne? Hä? Achso! Ach, jetzt ist das ein Escape Room? Möglich! Hä, lol! Hauptsache, man muss da wirklich einfach nur reinfahren! Äh, kann man wieder zurück? Alle Rätsel einfach schon instilliert erst mal wieder! Weil ich würde jetzt gerne da hinfahren, wo jetzt das Löchlein war! Äh, wo die Plattform war! Versuch ich auch gerade hinzukommen, aber... Versuch's doch! Ah, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt! Hallo! Kann ich irgendwie da reinschauen, ne? Ah! Ja, so! Weiß nicht, das ist wieder Halfpipe vielleicht! Nee, es ist... Bist du reingekommen? Wieder zurück, oder was? Ja, ich bin zurück! Und ich glaube, jetzt kann ich hier erstmal super weit fahren! Warte mal, hier... Aber wie bist du denn zurückgekommen? Ach, zurückgesprungen, oder was? Ja! Ah! Possible wäre das! Ah, das wäre jetzt kacke, wenn wir den durch Zufall so entdeckt hätten, ne? Hä? Okay, ich hab da Haftbomben, warte mal! Hä? So! Einfach zurückcruisen! Hier, Leute! Wir können eine Haftbomben gehen! Aber hier! Hier! Hier runter! Und ich hoffe, meine Haftbomben sind noch da! Ja, sie sind noch da! Genau den Haftbomben folgen! So! So! Boah! Boah! Da muss man springen scheinbar! Das ist eine Lücke! Aber... Alter, wie böse ist das bitte? Aber ist das wirklich schon... Null! Weiß ich nicht! Ich weiß es nicht! Aber das ist jetzt gerade der beste Weg! Ich fände es halt auch cool, wenn hier nach oben was drin wäre! Aber es würde mich nicht überraschen, wenn das nach oben wäre! Also oben sehe ich nirgendswo eine Lücke! Es ist ja alles zu! Und ich glaube, normalerweise haben wir diese Alien-Dinger... Hier haben wir irgendwo keine Textur... Aber hier haben sie durchgängig ne Textur! Kommt mal alle mit hier! Aber man kommt hier auch... Eigentlich kommt man hier nirgendwo hin hier drinnen! Alter, die Armee kommt! Ich glaube, das ist aber der rechte Weg! Hundertprozentig! Also guck mal, hier sind es Haftbomben! Aber hier ist so ne kleine Lücke! Also müsste man hier rüberspringen, so! Und jetzt hab ich wieder... Keine Ahnung, wohin! Es ist komplett unsichtbar! Lol! Alter! Also ich würde fast sagen, das ist ein bisschen zu viel unsichtbare Plattformen, als dass da einfach nix ist, oder? Ja! Also ich bin eben gerade da drauf gekommen! Ein bisschen mit Schmack ist, so! Oder ich seh da eine Haftbombe nicht! Ach so siehst du nicht? Ah shit! Ich hab sie, ich seh sie! Wo ist denn die Haftbombe? Hier, hier drüben! Ach da außen, weil du nach außen rum musst! Ja! Aber ich weiß nicht, wie es da weiter geht! Da brauchen wir noch mehr Haftbomben! Bitte einmal ranwerfen! Ich hab einfach in der letzten Haftbombe eine scharfe Rechtskurve gemacht! Neeeeeein! Man kann da übertrieben weit fahren, aber irgendwann ist das Ende! Alter, ich brach mal fast, ich glaub ich bis ins Ziel, das wär schön gewesen! Alter, warte, ich steh hier gerade gut! Haftbomben! Haftbomben City! Ich werf mal Haftbomben richtig weit weg! Ja, ich kann hier gerade ausfahren! Okay! Nein! Eine starke Rechtskurve! Das ist so schwer! Das ist so schwer! Ich glaub du musst den Punkt anvisieren und dann richtig Vollspeed drüber! Okay, warte! Wir machen weiter! Ich bin übertrieben weit gefahren! Hä lol! Hier war wieder ne Lücke! Hä? Da waren keine Lücken! Du musst Kurven fahren, Marvin! Ah, hier! Ich hab gerade kurz die Plattform gesehen! Hier ist die Plattform zu Ende! Du musst halt Kurven fahren! Ähhh... Jaaaa... Ich hab keine Ahnung! Junge, wie krank ist das bitte? Vor allem, wie sollst du das ohne Haftbomben machen? Dann musst du ja richtig langsam schleichen! Ja! Einfach nochmal Fullspeed vielleicht? Oder rechtslang? Linkslang? Ja, es geht glaube ich Richtung Punkt, oder? Ja, hoffe er ist Richtung Ziel, ne? Aber ich komme nicht weiter! Kann man nicht mit irgendwas schießen? Also hier hinten wo ich stehe ist die Plattform auf der ich bin zu Ende! Hier bis zu mir könnt ihr fahren! Warte mal, es geht mit... Aber was? Wo falle ich denn da runter die ganze Zeit? Man muss wirklich den Haftbomben folgen sonst ist man los! Ich bin ein bisschen weiter links gefahren! Ich fall da die ganze Zeit runter! Ne, du musst viel weiter rechts fahren! Ne, du hast ja noch mehr Haftbomben! Ja! Der Weg ist auch... Das Ding ist, den Haftbomben darfst du nicht vertrauen! Weil... Du weißt ja nicht, wie weit die Plattform links oder rechts geht! Ja! Boah! Alter, das sieht so weird aus! Hier zu mir müsst du kommen! Boah, ist das schwierig! Okay, und jetzt? Hier die Plattform noch ein bisschen weiter! Da geht's weiter! Hier! 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 Da hinten! Die Haftbomben sind alle weg! Ich seh nix mehr, ne? Alter! Was? Echt? Du hast da schon... Ich seh nix! Ne, vor mir war aber noch die Haftbombe! Komm mit mir mit, Kev! Ich zeig dir den Weg! Alter, ist das schwer! Hier! Digga, aber hier liegt nichts mehr! Zu Fuß zu machen, ne? So, Richtung Deko! Warte! Du bist schon so weit weg! Ich seh ja noch keine Haftbomben! Ich dachte, ich soll mit dir mal weg! Einfach die Rechtsgruppe hier machen, wo ich bin! Ja, Marvin! Wie gesagt, jetzt sehe ich meinen eigenen Haftbomben! Hilfe! 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 Hier gibt's ne Link! Hier wird der Weg übrigens scheiß schmal! Ach, scheiß noch abfahrt! Nol! Oh, in die Mauer! Ich sag's ihm gerade noch! Hier wird der Weg scheiß schmal! Sind das Annäherungsminen? Ich dachte nicht! Der ist ne Haftbomben! Okay, aber wenigstens habe ich diesmal die Haftbomben gesehen! Das war Annäherungsminen! Oh, jetzt hab ich keine mehr! Hier, links! Warte, werf ich da noch was hin? Ha! Siehst du? Links! Deko, links! Ja? Siehst du die? Genau! Rechtskurve! Ja! Alter! Ich hab jetzt halt nix mehr, Alter! Warte! Ich hab hier vor mir gesehen, ich sehe Schüsse! Wer schießt denn? Ich schieße! Ach so! Schieß vor mir aufm Boden! Deko, ich hab noch eine Haftbombe! Deko, ich hab noch eine Haftbombe! Eine Haftbombe habe ich noch! So! Hier! Und jetzt eine Linkskurve! Eine leichte! Hä? Ja! Okay! Ja, genau! Da sind wir jetzt auch! Okay! Warte! Eine Annäherungsmine könnte ich noch hinwerfen! War da hinten hin! Ja! Okay, da geht's auch! Jetzt können wir glaube ich einfach rein! Los! YOLO! Oder? Jetzt kommen wir nicht mehr runter! Los! Ja! Nein! Nein! Ja! Deko ist vorbei geflogen, oder? Ich wär fast vorbei geflogen, Alter! Oh mein Gott! Richtig close! Richtig geiler Teamparcours! Und einfach mal alles komplett unsichtbar! Man konnte gar nichts sehen! Nicht halb unsichtbar! Komplett unsichtbar! Mach dir vor! Wir hätten den Weg da an der Seite nicht random gefunden! Du hättest nur eine Dreiviertelstunde lang in diesem komischen Kreis da rumgesucht! Ist echt so! Mach dir vorbeischauen! Da nach oben ist dann reingehauen! Da nach oben ist dann reingehauen!